Grüß dich und willkommen zur Top-Herausforderung in Blood City 6 am 28.02.2023 auf der Karte Stadt mit der Schwierigkeitsstufe leicht und die ist wirklich super leicht und das sind die Regeln, du hast 4000 Startgeld, ein Startleben, das Ganze geht wieder mal in Runde 40, so wie gestern, Affenwissen ist hier deaktiviert und die Moorabgeschwindigkeit ist herabgesetzt, okay, los geht's. Das Ganze ist hier wirklich super einfach, ne, meine Droiden platzieren hier schön in die Kurve, so nah wie möglich an den Weg heran, also in etwa so, dann machst du als Verbesserung 1-3-0 und das gleiche nochmal mit einem zweiten Droiden, den du drüber platzierst, so und dann machst du wieder 1-3-0 als Verbesserung und dann kannst du dein Spiel wieder schnell laufen lassen. Hier kommt jetzt der ein Moorab und der denkt sich, dass er super schlau ist, sich an den Droiden vorbeischleichen kann, aber nein, die lassen dann lockerlässig platzen und die restlichen Bloons werden durch diese Schlingpflanzen auch zum Platzen gebracht. So, das ist der Sieg, ich bekomme hier 90 Affendollar und 35 Totems. Ich habe wieder genug Totems gesammelt, um die nächste Diamantkiste zu öffnen und diesmal entscheide ich mich für den Alchemisten oder soll ich die Bananenplantage nehmen, da habe ich sowieso keinen goldenen Insta- und die verwende ich so oder so oft. Ja, ich nehme die Bananenplantage, also mal gucken, ich habe so ein Pech, ich habe bei diesem Sammlungsevent noch nicht einmal einen goldenen Insta bekommen, egal, also 014 bekomme ich hier und hier bekomme ich 203, ja, sehr schwache Ausbeute, egal, danke fürs Zuschauen, ciao, Ende und aus. Bis zum nächsten Mal.